hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren daily shop folge hier heute auf diesem kanal sofort um euch und ja wir sind am start und wir fangen wie immer mit der linken seite an ja das brauchen wir eigentlich nicht mehr zu nehmen wir haben wir ja gestern schon haben wir ja gestern also wer es interessiert der soll dann einfach gestern das video von gestern reinschauen genau da haben wir es dann noch mal jetzt kommen wir zu death rally einer spitze diesen zwei gibt so und warten sich da diese einzelne glaube so unfassbar geil diese picke ist unfassbar geil ich gebe da jetzt mal wirklich für diese blicke 10 das ist so krass geil ich finde die auch ziemlich geil solltest du mal ein schädel am stil brauchen ist die todes tal spitzhacke genau das richtige für dich ja mega nice spitzhacke auf jeden fall ja finde ich auch kann man auch 10 von 10 dann kommen wir zur sau mein gott das geil ist geil 1 gehen ins season 1 gibt todkopf mal wieder am start ist ziemlich cool vereint das wurde wie wachsdien punkte du musst du musst du hast jetzt 10 bis jetzt wie gesagt da da wir es wieder kommen dass ihnen zusammengerechnet das macht ja komm ich ja ja also also ich gebe da nur 15 so liebste ach du heilige 0 von 10 sind am start jetzt gibt bitte kein ein punkt darauf das ist so unfassbar schlecht das ist doch ich gebe ein wieso weil ich immer ein punkt mindestens doch warum kann ich das machen so chronium ich hasse diesen skin ja ich finde so schlimm mir diese unfassbar kräftig aus finsten so schlimm mir oder einfach sehen ein von zehn so schlimm die roten haare auf dem metall ja keine ahnung hättest du denn mehr punkte gegeben wenn die haare nicht rot gewesen ja ehrlich ja dann hättest du mehr punkte gegeben ja wie sonntest wieso das war wenn die jetzt die grau gewesen also metallic dann hätte es ein bisschen besser ausgesehen glaubst du ja also keine ahnung kann ich euch jetzt so nicht sagen ob es dann besser ausgesehen hätte also ich gebe dem ding auch wieder fünf von ok jetzt kommen wir zu einem der heutigen highlights mit leute wir sind heute von zweiter das regen ja wir fangen mal an wenn sie viel ja das ist wirklich ja ich finde neun von zehn letzten item und zwar habe ich mir gekauft auf der zweite kommt mega geil zehn von zehn zone 10 von es ist egal ist natürlich ein geiler geiler im motor den kann man immer mal ganz gut gebrauchen so arbeit ist getan fertig gemacht vor allem sehr schnell vorbei signalisiert so sieben von zehn sieben von zehn ja das war es dann auch schon von diesem video wenn es euch gefällt dann würde mich sehr mal ein like und abonnenten 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 bis daran und tschau tschüss